Eine neue Drogeriereihe, so wie ich es versprochen habe. Es wird schon seit über einem Jahr danach gefragt. Erstmal war ich dafür, dann war ich ein bisschen dagegen und ja, dann fragte ich tatsächlich so im Frühling-Sommer dieses Jahr, ob ihr tatsächlich Interesse daran habt auf eine neue Drogeriereihe, weil vieles hat sich verändert. Die alte Drogeriereihe ist auch schon einige Jahre her. Ich verlinke euch die Playlist hier oben, da könnt ihr euch gerne durchklicken. Viel verändert in der Zeit. Ja, auf jeden Fall crazy times, Leute, crazy times. Dann würde ich sagen, wenn ihr neu seid, hallo, ich bin Hatti J. Schmidt. Ihr könnt auch gerne Hatti sagen, wenn ihr möchtet. Und ich habe vor Jahren eine Drogeriereihe gestartet, habe dann mit einer High-End-Reihe weitergemacht. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin ein Beauty-Channel hier auf YouTube und konzentriere mich komplett auf High-End-Make-up. Und ab und zu rutscht auch mal Drogeriereihe rein, so wie diese Reihe. Ich starte von der günstigsten Marke in der Drogerie bis zur letzten teuersten. Das heißt, ich starte mit Essence und arbeite mich sozusagen von Aufsteller zu Aufsteller. So habe ich das auch damals gemacht. Das ist für mich tatsächlich am sinnvollsten. So fliegt mich alles drum und weiß nicht, wo ich war und wo nicht. Und Disclaimer. Wer sich getriggert fühlt, dass eine Foundation oder ein anderes Produkt bei mir nicht funktioniert, ist auf diesem Kanal falsch. Vielen Dank. Bevor ich direkt starte, wollte ich noch mal sagen, dass ich auf Instagram gefragt habe, ob jemand, zum Beispiel Zuschauer oder ein anderer YouTuber, mir eine Einkaufsliste erstellen soll, so dass ich ja eben danach kaufe. Und viele waren dafür, aber es gab auch einige Gegenstimmen. Und zwei Leute hatten mir auf Instagram geschrieben, was ich sehr, sehr gut fand. Also es war eine Direct-Message und die meinen, Hatti, das Problem an diesen Einkaufslisten ist, finden wir persönlich, dass die Leute dann eventuell ihre Favorites auf die Liste packen und du gar nicht mehr frei bist. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich macht das tatsächlich Sinn. Ich habe wirklich frei Schnauze gekauft, so wie ich es damals gemacht habe, was mir gefällt, was ich interessant fand. Es kann natürlich sein, dass hier und da Produkte dabei sind, die ich damals schon getestet habe und dass sich die Meinung jetzt komplett geändert hat, weil Haut verändert sich auch. Meine Haut hat sich in den Jahren auch wirklich verändert, eben auch verbessert und ich bin gespannt. Fangen wir an. Das ist meine Kiste. Ich starte mit Essence Cosmetics. Gibt es, ja, seit immer gefühlt eben in der Drogerie. Gehört zu Cosnova, dazu gehört auch Catrice und auch Love Cosmetics. Hier habt ihr nochmal einen kleinen Einblick von meinem Handy aus, meine View sozusagen. Und wir sind auf jeden Fall spannende Produkte dabei, würde ich sagen. Die Kiste ist voll. Ich habe einiges bestellt, alles was mir gut gefallen hat, alles was da war. Ich habe übrigens online bestellt, einfach aus dem Grund, weil unser DM hat nicht alles. Also wir haben schon ein echt gut bestücktes, bestückten DM, aber oft sind die Sachen aus. Dann weiß ich mal nicht, was aktuell ist und was nicht. Und ich dachte, online ist wirklich einfach alles komplett. Da gibt es wirklich Kategorien von nur online und Neuheiten. Also da war es für mich am einfachsten. So wie auch damals habe ich überhaupt gar keine Ahnung, was ich mache. Ich starte meine Videos immer sehr gerne so. So kann ich komplett mein eigenes Mindset dafür nutzen, was überhaupt abgeht, ohne mir andere Meinungen anzuhören. Die höre ich mir dann immer später gerne an. Aber so bin ich einfach kreativer, nicht voreingenommen. Alles für mich neu, denke ich. Ich habe einiges bestellt, mich ganz kaum abwarten, Leute. Womit fange ich an? Ich fange an mit einem Treatment. Dann hat das Zeit, komplett einzuziehen. Und zwar ist es von Essence Coffee to Glow Under Eye Energy Treatment with Kaffeein. Also das ist sogar die aktuelle Kollektion, was ich sehr, sehr cool finde. Das ist ein kleines Typchen und ist vegan und hat 10 Milliliter drin. Und das Ganze soll man sich einfach unter das Auge geben. Also es ist eine belebende Augenpflege, kühlend, abschwellend und glättend mit Vitamin E und Koffein. Also wir haben hier eine schöne, leichte Lotion. Und das ist komplett ohne Parfum. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das ist komplett so Kaffeegeruch. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr reichhaltig an. Man geht super leicht über die Haut und es fühlt sich richtig gepflegt an. Mal schön so einklopfen. Fresh, voll gut. Ich bin gespannt. Ich habe oft das Gefühl, gerade so bei Eye Treatments, alles was so ein bisschen in die Richtung geht, wenn man das aufträgt und dann die Foundation irgendwann, dass sich das abrollt. Also dass die Produkte ziemlich aufeinander sitzen. Ich bin sehr gespannt. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Inhaltsstoffe an. Aber das erstmal voll gut. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Ich bin komplett lost. Ich würde mit den Augen anfangen, weil ich habe einige Lidschattenpaletten benutzt, die viel Farbe haben. Und die brauchen safe. Die brauchen, was soll ich machen? Ich habe mir keinen Lidschattenprimer gekauft. Ich brauche keinen. Also es ist auch nichts, wo ich irgendwie on the hunt bin. Manchmal hat man ja so Produkte, die man sich oft kauft, weil man immer noch auf der Suche nach dem ist. Also ich habe einen sehr, sehr guten Primer. Mit dem fahre ich eigentlich immer sehr gut. Das ist der von Anastasia Beverly Hills oder halt der klassische Paint Pot von MAC. Deswegen brauche ich da jetzt keinen Schnickschnack. Ich weiß auch gar nicht, habe auch gar nicht so geguckt, ob es einen gibt. Fangen wir an mit einer Palette, die mir sehr gut gefallen hat. Also Essence hat im Online-Shop einige Paletten. Und zwar teilweise wirklich sehr interessante Paletten. Ich finde im Aufsteller, also fernab davon, Essence ist jetzt nicht unbedingt meine Marke, meine Brand. Man guckt immer mal wieder, gibt hier und da auch coole Sachen. Aber es ist jetzt nichts, womit ich mich so identifiziere. Aber im Online-Shop fand ich die Paletten doch recht interessant. Dann habe ich mir mitgenommen die Aloha Honolulu Eyeshadow Palette. Ich war schon mal auf Hawaii in Honolulu. Sehr aufregend. Und das ist die Palette. Wir haben insgesamt neun Farben, knallige Farben. Und ich dachte, ja, warum nicht Farbe? Kommt mit einem kleinen Spiegel, ist eine Pappverpackung. Und ihr habt hier nochmal so eine Kunststoffversiedlung. Dann habe ich mir mitgenommen die Daily Dose of Power Eyeshadow Palette. Kommt mit so einem Gummi. Erinnert mich so ein bisschen an so einen Notizblock. Klassisch Pappverpackung. Dann haben wir keinen Spiegel. Und dann haben wir hier so eine kleine Palette. Theoretisch eigentlich mag ich so diese ganz kleinen Paletten nicht, weil ich einfach kaum dazu greife. Obwohl ich voll viele in meiner Sammlung habe. Und hier fand ich die Farbkombination auch sehr schön. Und aus der Coffee-Kollektion, die ja gerade aktuell ist, habe ich mir die Coffee to Glow Eyeshadow Palette mitgenommen. Und das sieht hier so aus. Moment, hier haben wir acht kleine Lidschatten-Fännchen. Sehr neutral, sehr alltagstauglich. Hier haben wir eine Formulierung, die ist sehr gelartig. Da sind dann so kleine Farbperlen drin. Das hatte auch Huda Beauty in ihrer Palette drin. Und dann diese marmorierten Lidschatten. Auch das hatte Huda Beauty drin. Da ging es auch im Internet, ja, ist es das Gleiche oder nicht. Dann habe ich mir eine Palette mitgenommen. Und zwar I like to move it, move it. Eyeshadow Palette. Diesmal Kunststoff. Noch kleiner. Und wir haben hier sechs Farben. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, wie furchtbar die Farben aussehen. Das fand ich im Internet irgendwie ein bisschen cooler. Okay, zumal gerade so move und so nicht so ganz meins ist. Vielleicht hatte ich auch einen Aussetzer. Man weiß es immer nicht so genau. Und aus der gleichen Reihe habe ich mir die Dancing Green Eyeshadow Palette gekauft. Weil ich finde, grün großartig. Allgemein als Farbe, aber auch vor allem als Lidschatten. Und da sieht das gute Stück so aus. Also so ein bisschen, wenn man so guckt. Kleine möchte gern Huda Beauty Paletten. Wenn ich mal ein bisschen fies bin, aber... Oder auch so ein bisschen Colourpop. Naja, keiner hat das Rad neu erfunden. Ja, ihr seht, ich habe viel Farbe, kann man sagen. Eine neutrale. Und ich dachte, ich nehme vielleicht so ein Mix aus allem. Um einfach für mich herauszufinden, okay, was lohnt sich, was ist cool und was nicht. Ich starte direkt mit der Daily Dose of Power Eyeshadow Palette. Dieses Türkis finde ich nämlich richtig süß und auch spannend. Und ich gehe erstmal mit so einem kleinen Pencil Brush rein. Und die Farbe platziere ich hier in meinen Innenwinkel. Zweite Schicht, auf jeden Fall schon mal richtig cool. Vielleicht ist es nochmal interessant zu wissen, aber ich glaube, das wissen sowieso die meisten, dass Essence eine Marke ist für ein sehr, sehr junges Publikum. Also das gefällt mir schon mal richtig gut, hat sehr gut geklappt. Nehme ich aus der Aloha Palette das Gelb. Das finde ich auch spannend. Das kommt auf jeden Fall gut Produkt auf den Pinsel. Und die Farbe platziere ich jetzt direkt nach dem Türkis. Also schminken wir auf jeden Fall was Farbenfrohes. Und ich baue die Farbe Stück für Stück auf. Und ich presse das wirklich richtig schön in den Lidschattenprimer rein. Dann gehe ich wieder zurück in das Türkis und verbinde das wieder so ein bisschen. Und dann einfach so ein bisschen einblenden, ausblenden, aufbauen. Tut mir jetzt schon fast schon lade, dass es so sommerlich ist, der Look. Aber Farbe geht doch immer. Dass es Türkis noch schöner und saftiger ist, würde ich, hätte ich das vorher gewusst, nochmal eine andere Lidschattenbase genommen. Zum Beispiel eine hellere, weil dieser Paint Pot von MAC, der hat sowas leicht gelbliches. Und das schimmert auf jeden Fall so ein bisschen durch. Also meine Haut, dieser Primer, schimmert hier nochmal so ein bisschen durch. Ich habe es ein paar Mal aufgebaut und ausgeblendet. Wenn ich das jetzt wissen würde und ich hätte diese Palette, dann würde ich sagen, ah, beim nächsten Mal würde ich den Primer nehmen. Nur für euch mal zur Info, dass ihr es mal gehört habt. Dann ist hier dieses richtig schöne, dunkle Blau. Also es wirkt fast schon so lila, aber es ist auf jeden Fall blau. Und die Farbe nehme ich mit so einem ganz normalen Lidschattenpinsel auf. Und das platze ich hier so in meinen Außenwinkel. Presse das ein bisschen rein. Also ich kann jetzt schon sagen, die Farben krümeln alle ziemlich stark. Aber das finde ich persönlich nicht schlimm. Das erwähne ich in all meinen Videos. Egal welche Palette, ob super günstig oder super teuer, spielt für mich eigentlich nie eine Rolle. Auch das hat sehr gut geklappt. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen auszublenden und so ein bisschen in meine Innenfläche zu holen. Ohne neues Produkt blende ich das Blau richtig aus. Das Blau bleibt außen in der Intensität. Nach vorne hin raucht es sich so ein bisschen aus. Das ist gar nicht schlimm, weil ich da nämlich noch eine andere Farbe hin platzieren möchte. Nämlich auch aus der Honolulu Palette ist hier so ein helleres Blau und auch ein metallisches Blau. Und das nehme ich mit dem Finger auf. Das ist die Farbe. Oh, vielleicht ist mir das schon zu bright. Das geht ja schon fast so ins Petrol. Ich gehe nochmal in diese Palette und swatch die Farbe. Hier haben wir einmal den Unterschied. Yes. Ich nehme dieses Blau. Das passt ein bisschen besser. Das, was ich auf dem Finger habe, tupfe ich jetzt so ein bisschen in den matten, blauen Lidschatten. So. Ich will immer hier reingucken, aber hier ist kein Spiegel. Weißt du? Dann habe ich nochmal so ein bisschen von diesem dunklen, matten Blau genommen und blende es jetzt so ein bisschen in den metallischen Ton. Dann nehme ich diesen fetten Chunky Brush, wo noch einfach dieser gelbe Lidschatten drauf ist. Ich habe nichts Neues genommen. Und das blende ich jetzt so ein bisschen hier rein. Chunky. Ich nehme jetzt so einen richtig schönen, fluffigen Blenderpinsel, wo alle Haare rausgucken. Und ich dachte, vielleicht für so einen Hauch Wärme, um das Ganze nochmal ein bisschen besser auszublenden. Theoretisch könnte man jetzt einfach mit einem sauberen Blenderpinsel rübergehen, um das nochmal auszuraufen. Aber ich dachte, ich gehe in die Coffee Palette. Hier ist nämlich so eine schöne, leicht braune, peachige Farbe. Das platziere ich einmal über alles drüber, aber wirklich mit einer sehr, sehr leichten Hand. Ich klopfe das Produkt auch gut ab, weil ich wirklich nur einen Hauch möchte und das soll nicht so dominieren in dem Look. Alright, das hat schon mal richtig gut geklappt. Ich kann nichts sagen. Das Blau wird auf jeden Fall schwächer beim Ausblenden. Da bin ich jetzt ein paar Mal rauf, ausgeblendet, rauf und ausgeblendet. Das ist jetzt so ein bisschen das Endergebnis. Theoretisch könnte man jetzt hier und da auch noch ein bisschen aufbauen und so. Aber das würde dann so ein bisschen die Dings verfehlen. Das Dings, damit meine ich halt, ich würde hier halt noch voll lange sitzen, um es dann, ja. Englisch make it work. Und mit diesem metallischen Blau bin ich auch nochmal rein und raus und habe das so ein bisschen ausgeblendet. Aber wie gesagt, hat gut geklappt, kann man machen. Auf jeden Fall, sommerliche Möglichkeiten sind einige da, weil ich ja richtig laute Paletten bestellt habe. Ich überlege aktuell, was ich auf diese Seite packe. Auch da gibt es wirklich viele Möglichkeiten mit diesen Paletten. Was machen wir? Ja, ich habe so viele Paletten bestellt. Ich kann gar nicht alle benutzen. Ich bin gerade so... Oh, was mache ich? Schwenke ich das? Oh, was mache ich denn? Was mache ich tatsächlich? Also was ich noch bestellt habe, was ich unbedingt benutzen will, sind diese Essence Chrome & Duochrome Liquid Eyeshadows. Und da haben mir zwei Farben besonders gut gefallen. Einmal so ein Blau-Lila und einmal so ein Grün-Lila. Also das changiert so ein bisschen in verschiedene Farben, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Das fand ich sehr cool. Könnte man theoretisch hier auch nochmal so ein bisschen rein... Also... Fangen wir doch an. Ich nehme die Dancing Green Palette. Und hier ist so ein sehr ruhiges, dunkles Grün. Das nehme ich jetzt auch erstmal mit einem klassischen Lidschattenpinsel auf. Dieses Grün packe ich hier auch in meinen Außenwinkel. Und gehe hier rein in meine Lidfalte. Und ich baue die Farbe hier jetzt Stück für Stück auf. Und gehe wirklich komplett bis in meine Lidfalte. Das hat schon mal richtig gut geklappt. Das ist ein schönes Grün. Das ist so richtig herbstlich, so mossig. Voll gut. Mit einem kleineren Blenderpinsel gehe ich jetzt in dieses grün-braun rein. So kamouflagig. Und die Farbe platziere ich jetzt über dieses dunkle Grün. Und versuche, dass es jetzt so gut es geht, eben auszublenden. Die Farbe baue ich Stück für Stück auf. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal rein. Ein bisschen abklopfen und weiter ausblenden. Das klappt ziemlich, ziemlich gut. Also ich muss sagen, die Lidschatten haben sich wirklich verbessert. Aber der Markt allgemein hat sich total weiterentwickelt. Also in allen Bereichen. Das hat sehr gut geklappt. Eigentlich wollte ich gar nicht so groß und ausgefächert. Aber es ist, wie es ist. Und weil es so schön ist, gehe ich jetzt mal wieder in die Honolulu-Palette. Und hier ist wirklich so ein schönes, karamelliges Braun. Das nehme ich mit diesem fetten, fluffigen Pinsel auf. Klopfe gut Farbe ab. Und die Farbe platziere ich jetzt nochmal da drüber. Richtig smoky. Ein bisschen Intensität verloren hier. Das müsste ich jetzt einmal gerade nochmal aufbauen. Also ich gehe nochmal mit dem Grün rein. Voll gut. Das hat doch schon mal richtig geklappt. Die Farbkombination gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich gerade so ein bisschen Combat. Camouflage. Kapfausrüstung. Ich komme aus. Essence, ich komme. Hallöchen. We are back. Ich frage mich, wie mein Essence-Video damals war. Also allgemein, die Videos, die erinnern mich kaum noch. Ich weiß, dass ich super viel Spaß an der Reihe hatte. Die ist super erfolgreich gewesen. Ich meine, wir haben einen Award dafür damals gewonnen. Den es heute gar nicht mehr gibt. Weißt du, wie ich meine? Leute. Aber der Aschenbecher am Satz ist ein guter Erinnerung. Ja, ist wirklich Aschenbecher. Sebastian sagt immer, was soll ich mit dem Aschenbecher machen? Naja, was dachte ihr? Kennt ihr den noch? Wo ist denn der? Also es war Glow bei DM. Call of Beauty Award. Best Beauty Video. Hatte J. Schmidt sponsored by YouTube 2018. Da ging es tatsächlich um die Drogerie-Reihe. Weißt du Bescheid, Leute? Ich habe mich richtig über diesen Award gefreut. Nicht nur ich, sondern auch meine Community, die eben dafür gestimmt hat, dass wir das gewinnen. Also es ist ja ein Wir und nicht nur ich. Die Paletten haben mir gut gefallen. Für das, was sie sind und für das, wo sie preislich liegen, kann man überhaupt nicht meckern. Man sagt so schön in der Branche, must market. Für mich ist es sehr viel durcheinander. Es gibt 100 verschiedene Paletten, alles in eine Richtung. Aber ja, für das, wie gesagt, was man bekommt, ist es wirklich gut. Und wie gesagt, dann hatte ich ja diese Duochrome Liquid Eyeshadows und ich nehme jetzt mal das Grün. Ich swatch euch das einmal. Also hier ist das Knallgrün. Seht ihr das auch? Aber wenn ich hier so gucke, ist es halt voll lila. Je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Voll gut. Okay, 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 Leute. Ich gehe direkt mit dem Applikator auf mein Lid. Mache jetzt eigentlich wie so eine Cut Crease. Bei diesen Liquid Eyeshadows kann ich euch nur empfehlen, genau zu überlegen, wo man es hinhaben will. Und dann am besten auch gleich so sauber wie möglich zu arbeiten. Weil umso mehr man die schichtet, umso mehr krümeln die. Und auch da gibt es tatsächlich von Hersteller zu Hersteller große Unterschiede. Also es gibt manche, die halten wirklich gut. Und dann gibt es welche, die halten überhaupt nicht gut. Also die fangen an, nach ein paar Stunden zu krümeln. Ich habe wirklich viele, weil ich diese Liquid Eyeshadows eigentlich gerne benutze. Weil die nochmal so einen geilen Effekt haben. Und so einen Augenlook nochmal richtig hervorholen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es hier ist. Also es ist jetzt wirklich eine Schicht. Und die ist noch ziemlich feucht. Also lassen wir die erstmal gerade trocknen. Aber es sieht ziemlich cool aus, ne? Wie so ein V. Voll nice. Lassen wir die gute Maus gerade mal. Wie sieht es bei euch aus? Wer ist schon seit der letzten Drogerie-Reihe dabei? Wer ist neu dazugekommen? Es sind ja auch einige gegangen. Auf Wiedersehen. Okay. Damit wir hier nochmal was Feines zaubern können, ist hier so ein mittleres Grün, würde ich sagen. Und metallisch. Oh, es fühlt sich schön weich an. Und die Farbe platziere ich mit meinem Finger zwischen Matt und diesem Duo Eyeshadow. Bei metallischen Lidschatten empfiehlt es sich, je nach Region mit dem Finger zu arbeiten. So habt ihr wirklich immer die beste Applikation. Mit dem Pinsel ist es schwierig, die Pigmente aufzubekommen. Die Schimmerpartikel kommen immer nicht so gut rüber wie mit dem Finger. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich brauche hier und da, würde ich gerne noch ein bisschen ausarbeiten, könnt ihr euch ein bisschen Produkt auf euer Handrücken packen. Nehmt euch so einen kleinen, schönen Synthetikpinsel, nehmt das Produkt so ein bisschen auf. Also ihr könnt auch hier sehen, umso mehr man das bewegt, umso fleckiger wird es. Also das ist halt so ein Produkt, da muss man direkt wissen, wo man mit hin will. Weil sonst bewegt man das zu sehr hin und her. Ja, also ich habe hier so ein, zwei Stellen, die ich gerne ein bisschen schöner hätte. Und das kann ich dann nochmal mit einem Pinsel machen. Sehr gut. Dann nehme ich nochmal dieses matte Grün. Kleines bisschen abklopfen. Und das blende ich jetzt nochmal in dieses metallische Grün. Einfach da nochmal saubere Übergänge zu schaffen. Sehr schön. Das ging ratzfatz. Das wäre ein Augenmakeup. Das geht schnell. Gerade Empfehlung hier bei so Liquid Eyeshadows braucht man immer nicht viel. Man kann so eine fette Base Color nehmen, dann einmal so eine Übergangsfarbe und das dann einfach nur noch on top oder in die Mitte wie so ein Halo Eye. Und dann hat man schon einen krassen Look. Ich muss sagen, auch das hat wirklich gut geklappt. Ich finde die Farbe richtig schön, dieses Grün. Es hat echt so was Grünes, Blaues, Lilanes, so richtig Frauenmäßig. Voll schön. Weil es so schön ist, liebe Friends, nehme ich jetzt dieses Grün hier. Das ist das hellste Grün aus der Palette, auch metallisch. Wir gucken einfach, was der so kann und was der so macht. Und die Farbe platziere ich hier rein als mein Highlight und blende es so ein bisschen in das andere metallische und matte Grün. Wirkt fast Silbergold, aber es ist wirklich so ein schönes Olivgrün. Sehr hell. Und das baue ich auch ein paar Mal auf, um den größten Effekt zu haben. Auch das hat sehr gut geklappt. Ich habe es nicht mal angesprüht. Voll gut. Ich habe ein bisschen Fallout. Auch das ist für mich irrelevant. Egal bei was und bei wem. Und das mache ich mir einfach mit so einem Wipe immer so ein bisschen weg. Und so habe ich auch immer die Möglichkeit, bei so krassen Looks, das einfach wegzuwischen. Und dann begradige ich hier einfach nochmal so ein bisschen den Look. Aber mein Tisch sieht aus wie Sau, Leute. Machen wir weiter mit der Base. Ich habe einige Produkte gekauft, die mich angesprochen haben und die nicht ausverkauft waren. Womit fange ich an? Ich fange an mit einem Serum. Das soll meine erste Base sein. Da habe ich mir mitgenommen von Essence Fresh and Fit Vitamin Bomb Face Serum mit B5 und Niacinamid. Also es ist hydrating und smoothing. Ich bin sehr gespannt. Das Ganze wirkt recht flüssig. Kommt in ein Glasfläschchen und hat standardmäßige 30 Milliliter. Das ist so leicht Apricot. Kommt mit einer Pipette. Uah, richtig flüssig. Heute habe ich meine Haare übrigens nicht gestylt, weil ich habe morgen das Event. Also morgen ist es zwar, aber wenn das Video online geht, ist es dann wahrscheinlich schon vorbei. Und meine Haare müssen dafür gestylt werden. Deswegen will ich nichts in meine Haare machen, damit die sauber bleiben. Das darf ich mal. Deswegen sind die heute so. Das Produkt zieht schnell in die Haut ein. Also man hat es schnell eingearbeitet. Es wird auf jeden Fall klebrig, was ich nicht schlimm finde. Also es ist jetzt nicht unangenehm klebrig. Versuch es euch einfach zu beschreiben. Und es ist leicht parfümiert. Also das riecht so ein bisschen vanillig, würde ich sagen. Ja, hier ist auf jeden Fall Parfum Fragrance drin. Aber so fühlt es sich erst mal gut an, würde ich sagen. Und hinterlässt auch gleich so ein Glow. Ich bin gespannt, wie die nächsten Produkte über die Haut gehen. Denn ich habe mir noch eine Creme mitgenommen. Und zwar ist es die Hello Good Stuff Seeker Face Cream. Soothing and Moisturizing. Und ja, hier ist dieses Centella Extract drin. Kommt auch in klassischen 30ml in einer Tube. Und ich fand das einfach, ja, sehr interessant. Also das ist so diese Good Stuff Reihe. Das hat ja, Catrice ja auch, dieses ID-Gedöns und so, dass er dann, wenn er halt auf bestimmte Inhaltsstoffe verzichtet. Das ist ja zum Beispiel frei von Silikon, Paraben, Mikroplastik und Mineralöl. Ich mag Seeker Creams sehr gerne. Die ist auf jeden Fall dicker, wie ihr sehen könnt. Und auch das ist parfümiert. Und zwar stärker als das Serum. Es geht auch gut über die Haut, muss ich sagen. Das Serum, was interessant ist. So Good Stuff und so. You know. Und dann a lot of Parfum. Aber okay. Meine Haut fühlt sich auf jeden Fall gut gepflegt an. Es ist so, schon ziemlich saftig. Schon ein bisschen so auch so klebrig und so. Beruhigende und feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. 99% natürlich Inhaltsstoffe. Leichte Textur. Also für Leute, die Parfum auf der Haut nicht ertragen und Allergien haben, werden damit auf jeden Fall Schwierigkeiten haben. Dann habe ich mir noch ein Primer mitgenommen. On top. Also ihr könnt auf jeden Fall Hautpflege nehmen. Und dann noch ein Primer on top. Ihr könnt aber auf die Hautpflege verzichten, wenn ihr nicht so gerne Hautpflege benutzt. Und dann direkt mit einem Primer machen. Ihr könnt es aber auch kombinieren. Es liegt immer bei einem selber. Und man muss immer für sich selber herausfinden, was funktioniert für meine Haut. Was mag ich? Was funktioniert unter meinem Make-up? Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Und ich schichte die Produkte sehr gerne auf meine Haut. Auf jeden Fall habe ich noch ein Primer mitgenommen. Und zwar ist es der Skin Lovin' Sensitive Primer. Das ist ein feuchtigkeitsspendender Primer. Der ist nicht komodogen und hat noch Aloe Vera drin. Und auch das ist so ein bisschen in dieses No Edit, so clean stuff und so. Ohne Parfum in dem Fall. Kein Alkohol, keine Silikone, Parabene und Mineralöl. Also das ist dann sozusagen noch cleaner als das andere. Ich finde ja schon mal gut, dass das auf jeden Fall ohne Duftstoff ist. Wirkt wie eine normale Creme, würde ich sagen. Und das platziere ich jetzt nochmal on top. Also es fühlt sich, obwohl da kein Silikon drin sein soll, extrem silikonig an. Und auch das geht richtig gut über meine Haut. Man muss es einarbeiten. Hier ist so ein kleiner weißer Schleier. Bei dem Produkt bin ich echt gespannt. Also es fühlt sich wirklich gut an. Ich habe ja jetzt noch einiges an Pflege drunter. Das würde ich auch nochmal mit anderen Foundations probieren. Also das hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Kann ich natürlich jetzt mit den Produkten da drunter nicht so gut einschätzen. Aber so fühlt es sich halt richtig gut an. Meine Haut ist gerade so ready, ready für alles, was noch kommt. Ich wäre nicht ich, wenn ich keinen Make-Up-Schwamm gekauft hätte. Ich bin immer auf der Jagd nach Make-Up-Schwemmen. Immer. Ich weiß nicht, ob ihr meine Schwammsammlung sehen könnt. Soll ich es mal zeigen? Ja. Ein Teil meiner Schwamm-Kollektion, liebe Leute. Nicht, dass ich ein Problem hätte, was ich mal. Neu eingezogen. Ist das hier, ist das nicht süß? Also wie könnte ich widerstehen? Geht das überhaupt? Kam mit dem Schwamm. Ein Schwamm-Halter. Großartig. Und ja, bei Essence fand ich dann das im Online-Shop und dachte so... Hello! It's me! Weißt du, wie ich meine? Gut, ist auf jeden Fall auf. Ein Schwamm in Tannenbaum-Form. Also wenn der jetzt auch noch gut ist, der fühlt sich ein bisschen hart an. Aber das dachte ich mir schon fast... Ich denke mir einfach nur auf Dinge, die die Menschheit nicht braucht. Puh, das ist etwa ein bisschen so ein Hater. Ich kann jetzt mal chillen hier, oder was? So, und dann habe ich noch das hier gefunden. Und zwar von Essence Multi-Use Airbrush Blender. Sowas hatte Tati mal rausgebracht. Da gab es auch so... Hä, was soll ich mit so einem Lappen und so? Und kriegt man überall. Bei jedem Lieferanten kriegst du das. Also das hat jeder und seine Mutter. Ich bin sehr gespannt. Also mich hat es einfach nie gereizt. Und dann dachte ich, weißt du, ich bin im Online-Shop. Ich mache ja ein Full-Face-Make-up. Also warum nicht mitnehmen? Mit dem Multi-Use Airbrush Blender lassen sich pudrige und flüssige Make-Up-Produkte für Auge und das Gesicht ideal auftragen. Mikrofaserstoff, bla bla bla. Kann man bei 60 Grad waschen. Und ich wollte es tatsächlich einmal so auftragen und einmal so auftragen. Die Foundations bei Essence im Online-Shop, da war jetzt nichts Neues dabei, was ich nicht ausprobiert habe. Ihr könnt euch gerne durch die Drogerie-Reihe klicken. Ihr könnt aber auch meine Hot New Make-Ups anschauen. Da teste ich dann auch die neuen Drogerie-Foundations. Aber was für mich neu war, ist einmal aus dieser Hello Good Stuff-Reihe ein Tinted Beauty Cream Moisturizing mit Kaktusblüten-Extrakt. Und auch hier so 24-Hour-Hydration, 90% natürliche Inhaltsstoffe. Und ich habe mir die Farbe 10 Light mitgenommen. Kommt in einer Tube und auch hier klassische 30ml. Ich bin sehr gespannt, liebe Leute. Meine Base ist wie geleckt. Das ist die Farbe. Sieht erstmal ziemlich gut aus. Es ist auf jeden Fall parfümiert, leicht parfümiert, würde ich sagen. Und dann brauchen wir ein Schwimmchen. Nein, achso, doch. Ich packe das einmal hier so rauf. Also es ist auf jeden Fall deckender und auch dicker. Kriege ich, kriege ich richtig Hitzeballungen. Ich muss auch sagen, meine Haut prickelt leicht, muss ich sagen. Und deswegen ist es jetzt auch so viel röter geworden. Also ich reagiere auf etwas. Leute, das ist halt, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Oder soll ich es überhaupt erklären? Es geht so sehr ins Detail. Um einen günstigen Verkaufspreis anbieten zu können, ist man beschränkt in den Inhaltsstoffen. Also in den Rohstoffen der Produkte. Sehr allgemein gehalten. Das ist da, wie ich meine. Und das heißt, ich kann eine bestimmte Creme, die wirkende Inhaltsstoffe hat, zum Beispiel, und die Herstellungskosten, wie groß ist der Markt, wo soll das verkauf werden, wie soll es verkauf werden, da entsteht ja ein Preis. Ja, man kann halt nicht für einen sehr günstigen Preis alles bekommen. So, das möchte ich sagen. Aber das heißt nicht, dass alles, was teuer ist, das Beste ist. Und das heißt auch nicht, dass alles, was günstig ist, schlecht ist. Das heißt ja auch nicht, dass man auf ein teures Produkt nicht reagiert. Ja. Das kann ja durchaus trotzdem passieren. Absolut. Ich habe keine Vorform. Guter Einwand. Das heißt aber auch nicht, dass man auf teurere Produkte nicht reagiert und nur auf günstige. Also, ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Ich habe das damit ausgeblendet. Das habt ihr ja gesehen in meiner kleinen kurzen Rede hier für euch. Und bin dann immer wieder mit dem Schwämmchen in das Produkt und habe das ausgeblendet. Also, ich kann auf jeden Fall hier schon mal sagen, dass die Produkte sich richtig übel abrollen. Ich konnte es gar nicht auf die Entfernung sehen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen fleckig. Und meine Haut, ich reagiere richtig heftig gerade auf irgendwas. Oh, ich habe auch das Gefühl, meine Haut blüht. Leute, ich sage es euch. Also, manche Rötungen kommen durch. Das ist eine leichte Deckkraft. An den Stellen, wo es sitzt, sitzt es tatsächlich gut. Und an manchen Stellen rollt sich das ab. Das kann jetzt natürlich auch daran liegen. Durch das Schichten der Produkte. Man müsste auf jeden Fall hier ein bisschen weniger ist mehr. Also, entweder hat man seine klassische Hautpflegeroutine und dann macht man direkt mit dieser BB Cream weiter. Oder man hat seine Hautpflegeroutine, die ist schon drauf. Und dann irgendwann macht man den Primer rauf und dann die Base. Ich habe ja jetzt einiges drauf. Das kann halt daran liegen. Kales ist okay. Ich hatte schon bessere Bases in der Drogerie. Hat mich jetzt nicht umgehauen. Aber wir machen jetzt erst mal mit der anderen Seite weiter. Lange nicht mehr deine Haut so hoch gesehen. Ja, die brennt auf. Also, es ist so... Inflammation. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Wie gesagt, meine Base rollt sich halt ab. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder nicht. Ich würde es auf jeden Fall nochmal benutzen, weil ich finde es voll sanft auf der Haut. Finde ich schon spannend. Also, ich würde es nochmal ausprobieren. Also, ich gucke jetzt einfach, wie meine Haut sich gerade noch weiterentwickelt. Ich weiß auch gar nicht, warum die gerade so heftigst ausrastet. Das hat hier schon seit Jahren nicht mehr. Ich blende es jetzt auf jeden Fall erstmal mit einem klassischen Foundation-Schwamm aus. Ich musste mich einmal ausziehen. Wer Rötungen hat wie ich oder noch eine sehr unreine Haut oder gewisse Hautprobleme, Das ist eine sehr, sehr leicht deckende BB-Creme, würde ich sagen. Das ist ja eine getönte Tagescreme sozusagen. Das deckt noch nicht ganz alles ab. Es ist hierunter auch ein bisschen fleckig. Ich werde jetzt erstmal den Schwamm nass machen und das, was ich mit dem Pinsel ausgeblendet habe, nochmal einblenden. Der Schwamm ist leider nicht größer geworden. Ist eigentlich auch noch genauso hart. Voll schade. Ich dachte, das wird so ein richtig geiler Schwamm. Oh ja, der ist wirklich richtig hart. Sieht gut aus. Das taugt aber nicht viel. In my opinion. Boah, Leute. Schlag mich mit dem Tannenbaum. Ich meine, auch nicht alle Tage. War es so? Also was ich hier jetzt schon mal sagen kann, hier rollt sich das Produkt nicht auf, während es sich hier aufgerollt hat. Also es kann definitiv an dieser Mikrofaser liegen, dass es eben doch die Schichten aufwirbelt. Das habe ich hier jetzt auf der Seite nämlich überhaupt nicht. Was ich aber gut finde, ist dieses Koffein-Extrakt, was ich hier aufgetragen habe, auch das löst jetzt diese BB-Creme nicht auf. Also die Schichten lösen sich nicht auf, was ich voll gut finde, weil das habe ich tatsächlich sehr oft mit so Eye-Treatment-Sachen. Also ich sage mal so, da wo die Haut gut ist und wo diese Tinted-Creme gut sitzt, sitzt sie wirklich gut. Aber jetzt zum Beispiel an den Rötungen, weil meine Haut, wie gesagt, auf eines dieser Produkte reagiert, kommt natürlich richtig krass halt rüber. Ich bräuchte definitiv hier mehr Deckkraft. Ja, also wenn ich das abdecken wollen würde, dann würde ich zu einer Foundation greifen, die einfach mehr Deckkraft hat. Aber wenn ich sage, nee, ich finde es eigentlich ganz gut, dass meine Rötungen durchkommen, soll auch für den Alltag sein, dann finde ich das gar nicht schlecht. Also es gefällt mir echt gut. Kommt halt drauf, also ich muss auch hier sagen, für den, äh, für Price Point ist es auf jeden Fall gut. Also ich hatte schon High-End BB-Cremes, die weniger gemacht haben oder halt wirklich shitty, shitty auf der Haut saßen. Und dafür kann man wirklich nicht meckern. Aber der Schwamm ist nichts. Sieht einfach nur cute aus, dass ihr es mal gehört habt. Ich habe mir einen Liquid-Highlighter bestellt, auch nicht schlecht. Und zwar ist es Glow Glow Go Instant Highlighter Dewy Finish in Seconds. Also es kommt in so einem Concealer-Format, sage ich mal, mit einem Applikator. Und das tupfe ich mir einfach hier so ein bisschen rauf auf die höchsten Stellen. Das ist unparfümiert. Also ich richte da nichts gerade. Das wird sich hier, löst sich gerade alles. Also auch hier richtige Teilchen, habe es auch schon in den Haaren. Hier Krümels, vielleicht seht ihr die Krümel, vielleicht auch nicht. Das ist der Highlighter. Also sehr natürlich, gibt einen schönen Glow, erfrischend für den Alltag, würde ich sagen. Wenn man noch so ein bisschen extra glow will. Mein Base ist sowieso schon durch die ganzen Pflegeprodukte extrem glowy. Also auch hier rollt es sich nicht ab, während es sich auf der Seite komplett aufgerollt hat. Und ich denke, das liegt wirklich an dem Teil, plus die Produkte da drunter. Weil hier sitzt es gut an den Stellen, wo es gut sitzt. Also es ist nicht, dass es schlecht sitzt, sondern dass es einfach flächig ist und an manchen Stellen eben nicht so gut abdeckt. Also da, wo die Haut gut ist, sieht es ja perfekt aus. Aber dann hier, wo es problematischer wird, kommt die Haut halt so krass durch, dass die Base einfach so ein bisschen unruhig wirkt. Das ist das, was ich damit sagen will. Der Highlighter finde ich auch voll gut. Also das ist wirklich richtig schön für den Alltag. Das ist so auch etwas, was so mein Interesse geweckt hat. Vor allen Dingen eben mit diesem Primer. Den würde ich auf jeden Fall nochmal so mit diesen High-End Bases ausprobieren, die ich sehr gut kenne. Und diesen Tinted Beauty, diese Tinted Beauty Cream würde ich auch nochmal gesondert von diesen Skin Treatments hier mal benutzen. Also das sind so drei Produkte, wo ich sage, ja, okay. Finde ich sehr interessant. Also gerade vor allem so diese Base-Produkte. Direkt weiter Concealer, da habe ich mir mitgenommen den Skin Loving Sensitive Concealer Covering and Caring. Ist auch nicht komodogen, auch mit diesem Aloe Vera Instruct und hat auch dieses kein Fragrance Alkohol, Silikone, Parabene. Mineralöl und da habe ich mir die Farbe genommen. 05 Fair. Kommt mit so einem Applikator. Oh, der wirkt ja richtig krass deckend. Hallohchen. Und ich feiere schon mal, dass es unparfümiert ist und das gebe ich mir auch nochmal hier so on top. Also so da, wo ich highlighten will, wo ich nochmal extra Deckkraft haben möchte. Deswegen bin ich auch hier nochmal runter. Die Farbe ist wirklich toll. Mal gucken, was das macht. Ich nehme mal einen Schwamm, der funktioniert. Ach, wird sich schon viel besser. Also die Farbe ist richtig, richtig schön. Gerade für meine helle Haut. Können Sie sehen, was ich mit diesem Fleck meine. Da kommt das rote Meer durch, da ein bisschen weniger. Das lässt so eine Base dann schnell unruhig hölken. So, der lässt sich leicht einarbeiten. Das ist nichts, wo man so richtig lange dran sitzt, was ich schon mal richtig gut finde. Ich muss sagen, die Seite mit klassisch Pinsel und Schwamm ist immer noch mein Favorite. Also hier funktionieren Produkte einfach viel, viel besser als auf der Seite mit dem Ding. Für mich persönlich. Es gibt ja Leute, die das ja auch total feiern. Der Concealer gefällt mir richtig gut. Auch hier bin ich gespannt, mit einer Base zu arbeiten, die für mich auch funktioniert. Also wo ich die Produkte wirklich kenne. Eine Routine, wo es immer funktioniert, da bin ich sehr gespannt. Also auch der Concealer hat mein Interesse geweckt. Die Farbe gefällt mir gut, so wie es auf meiner Haut sitzt. Sehr gespannt, wie es weitergeht mit anderen Produkten. Leute, das läuft gut. Das läuft gut. Ich habe... Ich erinnere mich einfach nicht mehr. Aber ich hatte das Gefühl, das damalige Essensvideo war nicht so... Ich weiß noch, wie du sagtest. So, boah. Ich finde den Look ganz schlimm. Weiß ich. Irgendwas war, dass du da auch gar nicht so happy warst. Aber okay. Ich habe zwei Puder mitgenommen, weil ich beide sehr spannend fand. Und zwar einmal aus der gleichen Reihe wie der Concealer. Skin Love & Sensitive Mineral Powder. Also es ist Blurring und Mattifying. Und auch hier wieder mit allen wenigen Inhaltsstoffen. Also guck mal, diese Sensitive Skin Reihe. Ich mag den Primer. Ich mag den Concealer. Mal sehen, wie es mit dem Puder weitergeht. Wie gesagt, die teste ich ja noch mit anderen Sachen. Spannend, Leute. Und das andere Puder, was ich mitgenommen habe, ist My Skin Perfecter Loose Fixing Powder Instant Blur Natural Matte Finish. Und in der Farbe 05 Fair. Also hier ist auf jeden Fall Mika drin, wie ich sehe. Das heißt, es wird die Haut auf jeden Fall... Es sagt zwar mattifying, aber das wird irgendwie trotzdem glauen. Durch statt Mika. Weißt du, wie ich meine? Ich sag mal so, man erkennt sowas immer ganz gut in der Handinnenfläche. Ich verblenke das Puder dann immer richtig großflächig. Ich arbeite das ein und dann sehe ich was übrig bei. Es ist ein Hauch... Feenstaub. Weißt du? Also es ist mehr mattierend als Glow. Aber es ist ein bisschen... Ein bisschen Glow, Glow ist da. Ich nehme erst mal das hier mit so einem kleineren Pinsel. Und ich zette jetzt erst mal den Concealer. Damit der sich nicht mehr bewegt. Also meine Haut glüht, liebe Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Alles andere wäre gelogen. Also vor allem so dieser Bereich. Alles andere ist gut, aber dieser Bereich rastet gerade aus. Das Puder mattiert instant. Es geht so, wenn man es nicht sieht, so ganz leicht ins Pinke. Also so ein Hauch. Aber auch hier die Farbe hell genug, um meinen Concealer zu setten. Um noch so einen leichten, super leichten, gehighlighteten Effekt zu haben. Das Puder ist auch schön leicht. Ja, um die Nase sitzen die Produkte nicht so gut. Oft ist es so, wenn man dann endlich sein Make-up settet, dann sieht man in was für einem Status das Make-up wirklich ist. Weil dadurch, dass es feucht ist und wenn dann auch Lichter kommen, auch Tageslicht zu Hause vom Fenster, dann sieht es oft sehr gut aus. Aber wenn man settet, finde ich, dann sieht man erst, okay, wo sitzt es wirklich gut. Und hier merke ich zum Beispiel um die Nase herum, minimal, dass es unruhig ist, ein bisschen strukturiert. Aber es ist okay, also damit kann ich noch leben. Das Puder sitzt ein bisschen weird auf den Produkten, die ich jetzt drauf habe. Aber das kann wirklich an der Base liegen. Ich werde es definitiv nochmal mit anderen Produkten benutzen, wo ich weiß, das ist safe-safe, weil finde ich ganz spannend. Also es macht auf jeden Fall so ein bisschen airbrushed-Effekt. Die Farbe ist schön und es ist ein leichtes Puder. Also ich habe gesettet. Es ist nicht so totmatt, sondern da ist noch so eine leichte Beweglichkeit drin. Mein restliches Gesicht sette ich dann mit dem losen Puder. Und ich finde gut, dass die Farbe eher so ins Gelbliche geht. Oft ist es so, vor allem in der Drogerie, dass die Produkte oft einfach ins Pinke gehen. Und hier merke ich, dass es einfach gelblicher ist. Base ist gesettet, auf jeden Fall mattiert. Ich habe jetzt weniger Glaube im Gesicht, aber dadurch sieht man, dass die Base doch recht unruhig wirkt. Also ein bisschen fleckig an manchen Stellen. Aber wie gesagt, ich habe einiges da drunter und es kann sein, dass sich das eine mit dem anderen nicht verträgt aufgrund der Inhaltsstoffe. Also ansonsten finde ich, hat die Drogerie, also Essence hier einen großen Sprung mit den Produkten und mit der Qualität gemacht. Das Puder finde ich auch nicht schlecht. Also das würde ich auch definitiv nochmal mit den anderen Sachen benutzen. Auf jeden Fall spannend. Ich, wie gesagt, finde auch hier die Farbkombi gar nicht schlecht. Also hier finde ich, sieht man nochmal, dass das so leicht ins Rosane geht. Weil man keinen direkten Vergleich hat, finde ich, wirkt es nicht so wie hier. Muss man mal gucken. Die Base haben wir. Ich überlege, womit ich weitermache. Ich habe noch so viel. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Bronzer. Da habe ich mir zwei mitgenommen. Und zwar einmal den Sun Club Matte Bronzing Powder. Und zwar einmal in der Farbe 01 Natural und einmal in der Farbe 20 Sun Kissed California. Okay. Hier einmal Farbunterschied. Kann man deutlich sehen. Und dieses Sun Kissed California ist auch Glow, während das hier matt ist. Und ich dachte, das ist doch ein richtig schönes, helles Bronzing Powder. Dafür nehmen wir doch auch gleich mal so einen schönen großen Pinsel. Und fange an, damit mein Gesicht aufzuwärmen. Auf jeden Fall stark parfümiert. Ich habe den Bronzer jetzt aufgebaut. Ihr könnt sehen, es ist so hell, dass man ihn kaum sieht. Also fast schon zu hell für meine Haut. Was ich sehr gut finde, weil oft gibt es so helle Optionen gar nicht. Hier steht halt für Lighter Skin. Ich baue jetzt nochmal ein drittes Mal auf. Einfach so eine leichte Grundfarbe zu bekommen. Also ihr könnt sehen, es ist ein sehr, sehr leichtes Puder. Also ich kann halt wirklich grob über mein Gesicht gehen, ohne wirklich Angst zu haben, dass da jetzt zu viel passiert. Ihr könnt sehen, es passiert auf jeden Fall was auf meiner Haut. Sehr, sehr leicht. Also auf jeden Fall sehr gute Farbe für Leute, die richtig hell sind. Aber parfümiert, nur dass ihr es mal gehört habt, finde ich gar nicht schlecht. Und ich würde nochmal on top mit dem Glow Bronzer nochmal rüber gehen. Und hier steht für Medium Tone. Bin mal gespannt, dass ich auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen aufbaue. Was ich hier schon mal gut finde, es ist zwar ein Glow Bronzer, aber es ist nicht so krass Glow Glow. Es gibt ja manche Glow Bronzer, die sind eigentlich fast schon wie so ein Highlighter. Benutze ich super selten, wenn überhaupt, im Sommer so als Topper. Das heißt, ich gehe mit einem matten Bronzer rein und dann nochmal ganz leicht on top. Das gibt immer einen schönen Glow. Aber hier finde ich gut, das kann man dann tatsächlich auch im Alltag tragen. Also ihr könnt sehen, ich habe so ein bisschen Glow zurückbekommen an den Bronzer stellen. Und das gibt immer so einen frischen Look. Ja, das Unschöne ist, dass die Wangen so unruhig sind, dadurch, dass meine Haut reagiert, dass es so ein bisschen messy aussieht. Aber so messy sind die Bronzer gar nicht. Ich glaube, mit einer schönen, sauberen Base, also wo die Foundation einfach besser sitzt, kann ich mir den Bronzer auch sehr gut vorstellen. Also vor allem den matten. Für sehr, sehr helle Leute, wenn es nur nicht parfümiert wäre. Auf jeden Fall sieht es schon mal sehr fresh aus. Leute, es geht noch weiter vorne, geht noch weiter. Habe ich mir eine Highlighter Palette mitgenommen und zwar Essence You Glow Girl Highlighter Palette. Und wir haben das Kunststoff Packaging, einen großen Spiegel und wir haben insgesamt acht Highlighter Farben slash Bronzer. Also meine ich, das ist sehr dunkel, was halt gut dann eben für Medium Tan Deep Skin wäre. Ich habe es mitgenommen, weil ich es eigentlich ganz interessant fand. Hier habe ich es ein bisschen wie mit der Mauve Palette, so okay, so im Original so live. Finde ich es nicht so geil. Zumal ich Paletten eigentlich gar nicht so gerne benutze, aber es geht ja eher um das Testen und nicht immer nur darum, was immer mein eigener Geschmack ist, sondern um euch halt auch die Informationen geben zu können. Dann überlege ich gerade, also sie fühlt sich auf jeden Fall sehr weich an. Das sind die Farben. Die obere Reihe. Also wir haben hier einmal so ein perliges Silber, so ein Peach, so ein Champagner und so ein, ja fast schon Pink, Bronze. Klassische Farben würde ich sagen. Also man merkt hier schon, ich bin schon ein bisschen so klumpiger, dicker, also eigentlich Formulierungen, die ich persönlich gar nicht, das ist ein bisschen throwback, so 2015 und so. Dann swatchen wir einfach mal die untere Reihe und das ist die untere Reihe. Also wir haben hier mehr so ein Bronze Gold, hier nochmal ein kräftigeres Champagner als das dann drüber. Hier haben wir wirklich ein rosa und hier haben wir nochmal so einen Bronzeton. Auf jeden Fall besser für Tan Skin. Die können das benutzen, für helle Leute wäre das vielleicht zu dunkel. Für mich ist die untere Reihe nichts, aber die obere Reihe definitiv würde ich einmal in diesen Ton hier gehen. Also es kommt gut Produkt auf den Pinsel. Weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal solche Highlighter benutzt habe. Ist ja so gar nicht mehr meins. Erste Schicht, okay. Bauen wir auf jeden Fall ein bisschen auf. Okay, wir kommen bei der zweiten Schicht schon eher dahin. Also es ist sehr pigmentiert, sehr, sehr dick. Also man sieht diese Schicht auf der Haut. Wenn man überlegt, was es für schöne Highlighter mittlerweile gibt, die so schön dünn sind und eigentlich kaum sichtbar, dass man halt da noch extra Produkt drauf hat, kann ich mir für mich persönlich nicht mehr vorstellen, solche Highlighter zu tragen. Aber die Farbe ist ganz schön. Also es kommt auf der Haut, finde ich, noch goldener raus, als es eigentlich im Fändchen ist. Aber wer so diesen krassen Highlight, dieses dickere mag, wird damit auf jeden Fall glücklich sein. Aber wenn ich hier so in diesen großen Spiegel gucke, der wirklich eine gute Qualität hat, boah, die Seite sieht wirklich gruselig aus. Auch die Kombination aus diesen Bronzern sieht furchtbar aus, vor allem so in dem Bereich. Die Poren kommen extrem hervor und dass hier diese Rötungen so krass rauskommen. Also das ist keine schöne Base. Gefällt mir nicht gut. Ein Pinsel durfte mit, auch aus dieser Coffee-to-Glow-Reihe, ein Highlighter-Pinsel. Der sieht so aus. Ich dachte, warum nicht? Sieht doch spannend aus. Habe ja noch Schwäche für Pinsel. Der riecht auch kaffeemäßig. Oder vielleicht spinne ich auch komplett. Und aus dieser Reihe wollte ich noch unbedingt diese Coffee-to-Glow-Highlight-Beans ausprobieren. So interessant, dass es sowas überhaupt noch gibt. Es gab ja eine Zeit, da war das ja voll Trend, diese Perlen und so. Es sind so einzelne Böhnchen, Kaffee-Böhnchen. Das fand ich ziemlich süß, um ehrlich zu sein. Und oh mein Gott, es riecht wirklich nach Kaffee. Hm, gar nicht schlecht. Geht gut. Also ich gehe so grob erstmal über alle drüber. Klopfe so ein bisschen Produkt ab. Klopfe das hier oben hin. Okay, sehr peachy. Also hier kriegt man schon bei der ersten Schicht so einen Hauch von Glow. Also auf jeden Fall ein bisschen subtiler, ruhiger, was ich schöner finde. Hier die zweite Schicht. Aber ich dachte schon, das wird zu dunkel, Leute. Also ihr könnt sehen, für Leute, die so hell sind wie ich oder sogar noch heller, das ist leider zu dunkel. Ja, erschreckenderweise stelle ich fest, dass hier überhaupt gar kein Produkt mehr drin ist. Das ist alles abgetragen. Leute, was passiert hier? Also auf jeden Fall ein subtilerer Highlighter, aber die Farbe ist definitiv zu dunkel. Also nichts, was ich benutzen könnte. Was ich mir höchstens vorstellen kann, ist, dass man das, wenn man einen Bronzer hat, der matt ist und man im Sommer so einen Hauch glowt, dass man dann mit so einem schönen großen fluffigen Pinsel nochmal über die Bronzer stellen geht oder das nochmal als Blush-Topper nimmt. So einen Hauch und dann so ein bisschen hier nochmal so Akzente setzt. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn man eine unruhige Haut hat. Alles, was lichtreflektierende Pigmente hat, wird eben diese unruhige Haut noch mehr hervorheben. Also eigentlich coole Idee. Ich finde es auch cool, dass es nach Kaffee riecht und so süß und ja, die Farbe leider für helle Leute nichts. Es gibt vereinzelte Produkte, wo ich sage, das finde ich gut. Dann gibt es Produkte, da sage ich, nice to have, aber würde ich jetzt nicht weiterhin benutzen. Also wie gesagt, die Produkte, die ich hier in dem Video schon hervorgehoben habe, würde ich einzeln nochmal testen, weil ihr seht, geschichtet, es ist wirklich keine schöne Base. Die Palette ist okay. Ich finde, gerade wenn man Anfänger ist und man sich einfach durchtesten will und auch vielleicht nicht das Budget hat, finde ich das auf jeden Fall eine gute Sache, um wirklich einzusteigen. Oder wenn man sagt, hey, das ist alles, was ich brauche und für diesen Pricetack kriege ich alles, was ich brauche, dann top. Für mich auf jeden Fall eine Palette, die ich nicht weiter benutzen würde. Dann hat mich ein Blush angesprochen, das fand ich richtig schön. Und zwar ist es das Wonderful Pink and Proud Baked Blusher. Baked Produkte sind super spannend. Die machen immer so einen schönen Glow. Also ich kenne die zum Beispiel von Milani, die benutze ich auch super gern. Sind auch Baked Blush. Es gibt es ja viele auf dem Markt. Das sind Formulierungen, die tatsächlich gebacken werden. Also ich hatte, damals war ich ja in Italien in der Produktion ja auch, als ich die Love Collection rausgebracht habe. Und da habe ich alles gesehen, jede einzelne Station. Da habe ich richtig zugeguckt, wie diese Baked Formulierungen richtig gebacken werden in Form. Also eigentlich wie Kuchen und Cupcakes und so. Also ziemlich interessant. Ich fand die Farbe schön. Sehr, sehr schimmernd. So rosa, berries, geht alles so in einem. Sieht super delicious aus. Ich muss sagen, heute bin ich tatsächlich sogar aufgeregter mit den Produkten, als ich es, glaube ich, damals war. Weil, ja, vieles hat sich einfach verändert. Und, ja, es ist so alles so neu für mich. Vor allem, dass ich mich so komplett dive in, damit jetzt schminke, habe ich ja selten, weil ich habe oft dann einzelne Drogerie-Produkte, die ich teste. Aber der Blush gefällt mir gut, dadurch, dass ich jetzt hier diesen krassen Highlighter habe und noch diesen Schimmer-Bronzer, wirkt alles immer viel, viel. Aber man muss hier natürlich auch einmal kurz beachten. Sagen wir, ich möchte diesen Blush benutzen und ich weiß es, dann hätte ich zum Beispiel auch eine andere Base genommen, andere Highlighter. Oft ist es wichtig, auch zu wissen, okay, wo soll mein Look hingehen? Was möchte ich tragen? Wenn man natürlich alles wie ich schichtet und testet, dann kann das manchmal zum Schluss auch ein bisschen weird aussehen. Aber der Blush gefällt mir sehr, sehr gut. So ein bisschen wie dieser NARS Orgasm, vielleicht sogar ein bisschen feiner und vielleicht mehr Goldanteil. Aber es geht so in dieses peachige, rosige. Finde ich schön. Hier muss man auch eine beachten, Info für euch, wer eine unruhige Wangenpartie hat und auch schon geweiterte Poren, solche Produkte können das nochmal hervorheben. Werde ich definitiv weiter benutzen. Ich finde das Packaging eigentlich voll cool. Gar nicht schlecht. Ja, wenn ihr dachtet, wir sind fertig, dann sind wir es noch lange nicht. Ich habe schon ein Gruselprodukt entdeckt. Wenn die Bushy Brow Queen nicht ein Soap kaufen würde, dann wäre sie es ja nicht. Also Brow Styling Soap Set. Transparent with Brush and Mirro. Also wir haben hier ein Kunststoff Packaging mit diesem Soap und mit dem Spoolie. Gar nicht schlecht hier. Wir haben hier ein transparentes Soap. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme es jetzt erstmal grob mit dem Pinsel auf. Es kam ja einige... Oh, das wirkt aber echt ein bisschen wie Wachs als Soap. Die Konsistenz ist definitiv nochmal eine andere als die klassischen Soaps, die ich so kenne. Ich massiere diese Produkte mal so richtig in meine Augenbrauen rein. Also erstmal, dass es total wüst aussieht und dann lege ich sie mir in die Richtung, in die ich sie haben will. Also die Konsistenz ist auf jeden Fall trockener und auch klumpiger. Also wie gesagt, es wirkt eher als würde ich in der Kerze rumspielen. Ich finde das, wenn man seine Fingerkuppen und das flüssige Wachs packt, um sich Wachsfingerkuppen zu machen. Wer kennt es nicht? Lässt so ein paar Stücken zurück, aber das habe ich wirklich bei vielen Produkten. Also ich habe mir gerade aktuell noch eins aus England bestellt von so einer Indie-Brand. Weil ich halt total auf der Suche nach guten Augenbrauen wachs bin. Weil ich alle gut finde, aber irgendwie noch nicht so das Wahre dabei ist. Und alle hinterlassen so leichte Klümpchen. Also es hat schon mal ganz gut geklappt. Ich brauche hier auf jeden Fall einen kleinen Moment mehr, um das Produkt wirklich reinzuarbeiten. Hier diese fetten Klumpen, weil es lässt sich noch nicht so gut aufnehmen. Den brauche ich auch ein bisschen länger. Ja, wild. Leute, klar, ich schimmel dir. Ich presse die immer noch mal gern so an. Also ich finde es nicht schlecht. Also auf jeden Fall für das, was es kostet, kann man es definitiv machen. Also ich hätte noch so ein, zwei, die ich ein bisschen besser finde. Die ich im Laufe der Zeit dieser Soap-Era ja ausgetestet habe. Also ich habe einige. Wie gesagt, ich bestelle tatsächlich noch viel, um irgendwie so das Beste herauszufinden. Aber dafür finde ich es echt ziemlich gut. Man braucht einen kleinen Moment, so das Produkt einzuarbeiten. Aber dann sitzt es. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr klebrig. Ich bin mal gespannt, ob dieses Klebrige weggeht. Also es fühlt sich gerade ganz gut an nach Haarspray, was gut ist. Man braucht ja immer so ein bisschen Halt. Weil ich finde auch diese Soaps, die halten alle nicht so gut. Gerade bei meinen Augenbrauenhaaren. Ne, ne. Aber okay. Finde ich nicht schlecht. Dann habe ich mir ein Tiny Tip Precise Brow Pen gekauft. Und zwar ist das in so einem super feinen Filzstift, in so einer Filzstiftart. Ich hoffe, dass das nicht zu pigmentiert ist. Weil man kann sich ganz schnell auch die Augenbrauen versauen. Ach so, welche Farbe habe ich denn genommen? Das wäre doch mal wichtig für euch. In 0,3 Dark Brown. Ich glaube, das waren auch drei Farben. Ich habe die dunkelste Farbe mitgenommen. Wenn ich mich nicht täusche. Okay, also das Braun ist ultra warm. Seht ihr? Richtig schokoladig. Ich swatche euch gerade mal eine Farbe, die ich eigentlich benutze. Das nehme ich eigentlich. Seht ihr? Farbunterschied. Ja, manchmal malen die Stifte nicht mehr über dem Wachs. Da muss man dann immer so ein bisschen rumwurschteln. Aber das ist nicht schlimm. Stört mich nicht so. Ja, macht keinen schlechten Job. Also wenn die Farbe noch passen würde. Ich arbeite gerne mit den Stiften. Gerade ein Kombi mit diesen Soapbrows. Weil ich finde, dass man dann einfach viel besser einzelne Haare nachzeichnen kann. Wilde Braun, Leute. Der Stift ist okay. Also kann man definitiv machen. So aus der Drogerie finde ich das gar nicht schlecht. Aber die Farbe wäre ein bisschen warm. Wobei das eigentlich gerade voll klar geht. Also ich hatte schon deutlich wärmere Stifte. Ich finde, die Braunen sehen ziemlich gut aus. Dann möchte ich mein Augen-Make-up erstmal zu Ende bringen. Da habe ich mir mitgenommen Essence Long Lasting Eye Pencil in Waterproof. Und ich fand die Farbe schön. Also ich weiß nicht, ob das jetzt neu neu ist. Aber ich wollte auf jeden Fall ein Kajal mitnehmen. Ich dachte, so ein Rot habe ich nicht, glaube ich. Ja doch, stimmt. Doch, doch, doch. Von Marc Jacobs habe ich. Auf jeden Fall eine richtig tolle Farbabgabe. Geht auch richtig leicht. So ein paar Mal drüber. Ohne, dass es die Augen richtig krass reizt. Also der Kajal gefällt mir sehr gut. Den werde ich definitiv weiter benutzen. Boah, die Farbe ist nice. Das ist ganz interessant. Das Mint ist fast schon gelb geworden. Also hier unten hat es sich komplett gelb verfärbt. Es wirkt wie so ein helles, pastelliges Gelb. Das ist super spannend. Frischen war es doch auf. Weil es so schön ist, nehme ich jetzt dieses schöne Orange. Und das platziere ich jetzt unter das Blau. Und versuche das nochmal so ein bisschen auszublenden. Um da einfach farblich noch so einen Kick zu bekommen. Gerade weil der Look ja auch so laut ist. Das dunkle Grün habe ich mir jetzt nochmal bei dem unteren Wimpernkranz aufgetragen. Und baue das auch so ein bisschen auf. Und hier in meinem Innenwinkel werde ich damit so leichter. Also dass ich nicht so eine krasse Farbintensität habe. Denn nehme ich nämlich dieses olivigere Grün aus dieser Palette. Sprühe das einmal mit Wasser an. Und die Farbe platziere ich hier unten hin. Und blende das in das dunkle Grün rein. Und auch hier aufbauen. Man könnte den Look so lassen. Aber mir fehlt noch etwas. Dafür nehme ich wieder diese Coffee Palette. Also es ist auf jeden Fall eine schöne Alltagspalette. So wenn man nicht viel braucht. Und sich eigentlich nicht so viel schminkt. Kann ich mir das gut vorstellen. Und das brauen plötzlich direkt hier so hin. Das sieht man kaum. Also schön aufbauen. Mascara. Sehr interessant. Habe mir eine mitgenommen. Und zwar die Essence Maximum Definition Waterproof Volume Mascara. Ihr wisst, oder wer es nicht weiß, ich benutze immer Waterproof Mascara und immer eine Wimpernzange. Weil Waterproof Mascara, das hält den Schwung oben, während andere Mascaras das bei mir eben runterholen. Kommt mit einem Gummibürstchen. So kegelförmig. Und ich bin sehr gespannt. Das sieht sehr vielversprechend aus. Ich feiere schon mal, dass die Bürste schön hart ist. Das heißt, die arbeitet sich richtig gut durch. Hält noch nicht ganz, ganz oben so. Mal gespannt. Es gibt ja Mascaras, die werden besser mit dem Nutzen. Die ist mehr so nicht ganz trocken, aber auch nicht ganz feucht. Die Bürste ist richtig cool. Echt, dass sie nicht so krass beweglich ist. Der Kopf ist einfach hart und fest. Das heißt, man kann hier einfach richtig gut durch. Die Mascara haut mich tatsächlich nicht um. Weil es wird bessere aus der Trägerie. Bessere Formulierung, die für meine Wimpern einfach besser funktionieren. Lashes dürfen nicht fehlen. Als ich die gesehen habe, mussten sie mit. Und zwar sind es die Lash to Impress Half Lashes. Ich liebe so halbe Wimpern. Okay, die sind tiny. Ja, also super klar. Aber okay. Ich kann mir vorstellen, für so ein junges Mädel, dass es schon nicht schlecht ist. Nur wenn man so ein bisschen die Wimpern akzentuieren möchte, weil man Bock auf Fake Lashes hat. Dann definitiv für meinen Geschmack ist das ein bisschen zu soft. Ich brauche so ein bisschen links. Aber ich kann hier natürlich auch verstehen, was Essence ist und für wem Essence halt auch ist. Ratet mal, wer vergessen hat, Lippenprodukte zu bestellen. Ähmchen hier. Nicht so schlimm. Ich glaube, die Lippenprodukte überleben wir alle. Aber das ist der Look, mit dem ich rausgekommen bin. Und ich finde beide Seiten eigentlich ziemlich cool so. Aber vor allem die Seite, finde ich, wirkt auf jeden Fall mehr High End als die. Aber hier, finde ich, ist es eine gute Einsteigerseite, sage ich mal. Während das hier wirklich schon echt toll aussieht. Ja, die Base-Produkte waren auf jeden Fall ziemlich ein Rauf und Runter, würde ich sagen. Also ich habe die Produkte, die ich euch im Video gezeigt habe, da habe ich schon Interesse dran. Bei den Hautpflegeprodukten hat meine Haut auf jeden Fall reagiert. Also nicht nur, dass ich eben sehr rote Wangen habe. Ihr habt es auch gesehen. Äh, ja, nicht nur die Produkte. Meine Haut glüht wirklich da drunter. Das ist wirklich so ein richtiges, so Feuer. Was ich aber noch sehe, was ich gekauft habe, fast vergessen. Ich habe mir noch zwei Gesichtssprays mitgenommen. Einmal von Hello Good Stuff Herbal Face Mist Calm and Clear mit Chamomile, Green Tea und Tea Tree. Das wird ziemlich so würzig sein. Da habe ich ein bisschen Angst, weil meine Haut sowieso schon voll gereizt ist. Dann habe ich noch aus der Koffee-Reihe das Coffee to Glow Body and Mind Wake Up Mist. Und ich dachte, warum nicht das? Es soll auf jeden Fall so ein Instant Kick geben. Und auch so nach Kaffee riechen. Caramel Macchiato, okay. Also es ist für Face and Body. Es riecht auf jeden Fall nach Karamell und Kaffee. Also es riecht auf jeden Fall nach Starbucks. Der Strahl ist sehr, sehr hart. Und man muss auch wenig nehmen, weil das doch recht viel so gibt. Da steht aber auch Face and Body. Man hier sieht hier so diese Spritzer. Das ist halt kein feiner Nebel. Ich gehe aber gerne nochmal mit einem Schwamm drüber, um das nochmal so miteinander zu verheiraten. Ich habe jetzt nicht so einen Wachkick oder so. Es riecht einfach nur süß und ganz nett. Wenn man zum Schluss nochmal so einen Hauch von haben will, dann definitiv. Gibt nochmal extra Glow, wie ich finde. Ich sage mal so, ich hatte schon bessere Base-Produkte in der Drogerie, wo das Gesamtbild einfach ein bisschen besser gepasst hat. Ich habe auch schon einige Lieblings-Foundations aus der Drogerie, die für mich einfach besser funktionieren. Hier war die Kombination aus allen Produkten einfach zu viel und meine Haut hat darauf reagiert. Genau, aber wie gesagt, das ist so meine Favorite-Seite. Ich mag auch die Augenbrauen ganz gerne. Dieses klebrige, wachsige hat nicht so nachgelassen in den Augenbrauen. Also ich habe hier jetzt kein Produkt, wo ich sage so, boah, ging halt gar nicht. Etwas, was bei mir kompliziert ist, sind wirklich die Skincare-Produkte. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Hier bei diesem Tinted Moisturizer muss ich nochmal mit Produkten unter meiner Haut gucken, wie es sich macht. Hier habe ich so ein bisschen Hoffnung. Könnte aber auch sein, dass ich das tatsächlich auch mit anderen Produkten nicht so mag. Wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann super gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier weitere Videos. Hier könnte ich mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.